Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity und es passt perfekt, es hat perfekt fertig geladen. Ich habe nochmal ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und so wie es sich angefühlt hat, kann ich jetzt auch Musik laufen lassen im Hintergrund. Bis jetzt hatte ich ja immer welche reingeschnitten, aber jetzt, wenn sie wieder rumspastet, dann können wir ja da was gegen machen, ne? Und ich bin ganz, ganz mies im Minus vom Strom her. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, kann ich hier noch irgendwo mehr kaufen? Ja, ne, ich kaufe gerade von dir. Ja, ich kaufe von dir und von mir. Oh Gott, Alter, ich brauche Geld. Ich brauche, ich brauche Geld. Ich zähle Geld. Und wenn ich nämlich kein Geld habe, dann kann ich auch diese hier Legierung und so nicht machen, weil da habe ich ja extra jetzt einen Schmelzofen für hergestellt. Entschuldigung. Ich brauche 88 Geld. Wir müssen gleich wieder zeigen, dass wir hier die Oberkernassists sind. Oberkernassists, Alter. Alter, was ist gut? Alter. So, wie sieht es jetzt aus mit Strom? Warum dreht ihr nicht? Scheiße, die dreht nicht. Ich baue das in einem Mega-Wind-Plantern oder so. Ah, jetzt langsam. Gehe ich Kohle? Ey, hier habe ich sogar Kohle. Nee, Kohle! Ich kann die Kohle abbauen. Kann ich sowas? Nee, kann ich natürlich nicht. Und da halte ich sieben in der Strecke, beurte. Ich auch. Ich brauche noch mehr Wind-Dings-Kraftwerks-Scheiße. Ey, hier habe ich sogar mega viel Erdseite eigentlich sogar. Wo, in welcher Stadt? Ich glaube, schon Scave. Achso. Hier Öl? Nee, natürlich nicht. So, was wollt ihr? Kommen die eigentlich zu dir von wegen hier Industrie und so? Ich glaube, ich weiß es nicht. Warte mal, ich gucke mal. Äh, Arbeiter. Ja, unser Großprojekt ist nix vorgeschritten. Ja klar, hat ja auch niemand was hingeschickt. Ja, sollst vielleicht mal fangen mit. Ja, deswegen brauche ich ja Strom. Und meine andere Stadt ist gerade nicht aktiv. Und somit kann da auch nichts gesendet werden. Weil in der anderen Stadt da habe ich ja Recycling. Hm, blöd. Warum habe ich eigentlich schon wieder auf der langsamsten Stufe hier? Wir brauchen maximal, ja. Wir brauchen maximale Geschwindigkeit. Mit maximalem Nutzen. Entschuldigung. Was, Noten? Was? Wer hat Noten gesagt? Du? Ach, das letzte Mal ist ja Godzilla hier lang marschiert. Alles klar, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Hier fehlt nämlich ein Handelsdager. Und die Polizei meckert rum. Ach, ich habe noch gar keine Polizei, oder? Nee. Ich habe keine Polizei. Mit B. Ich lege doch wieder hier ewig, Mann. Was soll denn das? Wenigstens bin ich heute konstant. Und auf 60 Frauen. Die, die, die ist aber, was, echt, 60? Ich bin auf 30 Alter. Vollwertig aber ohne Aufnahme und für 20. Ich brauche einen stärkeren Rechner. Oh ja, ich auch. Ressourcen schicken. Ihr sollt die Scheiße dahin schicken. Schicken sie 1000 Tonnen Legierungen zur Arkologie, ja klar. Das ist ja nicht viel. So sehe ich aus. Ist ja nur ein bisschen. Also ihr sollt jetzt... Können wir jetzt nicht importieren und das dann da hinschicken? Können wir das hier auch machen? Ja, könnte man machen. Aber jetzt produziere ich ja auch. Ah, okay, ich schaffe erst mal ein bisschen Geld hier. Ich zähle Geld. Was ist denn hier? Warum ist das alles kaputt? So. Niedrige Grundstückspreise. Meine Mutter hat niedrige Grundstückspreise. Da haben wir jetzt schon einen Metallschmelzofen. Das Haus in dem See ist kaputt. Och. Nein. Brandstifte aus der Toss aus Deine Mutter bedroht hiesige Häuser. Deine Mutter bedroht hiesige Häuser. Bekomme ich eigentlich schon einen Polizeiwagen? Nee, natürlich nicht. Aber das heißt doch, dass ich einen Polizeiwagen bekomme. Hä? Ja. Egal. Egal, jetzt ja hier. Ach, da unten ist der ja der böse Bube. Was ist deine Mutter? Ach komm, ich schicke jetzt... Ich muss jetzt nochmal kurz in meine Hauptstadt rüber. Dein Willis Tower, der ragt immer vom Boden herauf, ja. Da ist doch in der einen Stadt fast ein Million, oder? Äh, 600.000 hatte ich da, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Ganz zumal 100.000 in Schlau wie Schlumpf Cave rüberwachsen lassen, damit ich da eine Universität bauen kann. Warte, Region, Schlau wie Schlumpf Cave. Wie mach ich das? Äh, gehst du auf das... Äh, machst du drückst dir auf mich? Und dann gehst du unten in der Leiste ganz rechts auf Geschenke. Und dann müsste es gleich das Erste sein. So, wie viel willst du? Äh, 100.000. 100k, bitteschön. Ja, mal so ziemlich wenig Angst dort. So, und was habt ihr denn für ein Problem? Zu wenig Arbeiter, ach, lutsch mich doch am Arsch. Hier stehen echt alle Polizisten in einer Reihe im Stau, Alter. Boah, das gibt's nicht. Die Gefängniszellen sind voll. So, geil, Alter. Wie denn, da kommt doch nicht mal ne Bulle hin, Alter. Alter, die Verkehrsfindung ist noch nicht so ganz aufgreift, jetzt. Naja, jetzt kann mir erst mal ein Patch. Wollte ich mal eins proben. Vielleicht haben sie ja damit einiges behoben. Die haben überhaupt nichts behoben, die haben's schon mal gemacht. Hast ja vorhin gesehen, da sind die ganzen Bilder. Allein die Autobahn, die übelst voll war, obwohl da überhaupt keiner angefahren ist. Ja, und vor allem, dass die halt erst mal wieder die Häuser aufeinander gebaut haben. Ja, und dann hieß es auch noch, wie hieß es? Äh, Hotel daneben. Ja, genau, Hotel daneben, ich stand schräg auf dem Berg drauf. Oh Gott, ey. Oh, ey, ich bin heute nur im Ladebildschirm, gell? Ja, ich, ich auch gerade schon wieder. Oh, ich zock jetzt erst mal für ein krass iPhone. Oh, ist das klein. Ih, ist das klein. Hä, was? Ih, schmeißt das Ding weg? Danke. So, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nichts. Ich musste gerade mal noch einer wichtigen Person antworten, aber, ähm, ich hab mein Handy schon fast ausgemacht, fast. Das macht man nicht aus. Das ist ein schönes Handy. Ja, stimmt. Bauprojekt Arkeologie braucht mehr Metall. Ja, was denn? Ich bin doch schon am Senden. Kam da jetzt schon was an? Braucht mehr Metall. Ein wenig mehr. Ach, Quatsch. Hm. Wie komm ich da nur drauf, ne? So, was meckert ihr denn hier rum? Stromausfall. Warum denn? Vielleicht wirklich, wenn Strom da ist. Ich bin immer noch im Minus. Wo? In Strom, oder? Ja. Sonnenkraftwerk, oder? Ne, Wind. Mein ich ja. Hier. Alter, 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 jetzt die Scheiße mehr. Nee, 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 das gibt das nicht. Alter. Alter, ich baue jetzt hier noch ein Kohlebergwerk in dieses Wohngebiet und dann baue ich mir ein Kohlekraftwerk. So, ich habe kein Geld bekommen. Ich hätte mir einfach einen Kredit nehmen können, boah. Gelände zu steil, wie soll ich denn die Scheiße abbauen? Ich hätte mir einfach einen Kredit nehmen können. Ach, Quatsch. Nein, dumm wird nicht, bitte. Hä, 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 hä. So, vielleicht. Und da jetzt dran. Alter, ich kotze dir ins Gesicht, gell. Oh, ja, es geht sogar. Zu wenig Simoleons, hä. Lass bleiben. Weil ich kann einen Kredit abbezahlen und mir einen neuen nehmen. So. Du hast einmal Wirtschaft. Oh, ja. Wusst. So, komm, ich ziehe die Straße hier jetzt noch ein kleines bisschen rein, damit versau ich es bestimmt. wieder, aber egal. Ja, alle. 100.000. So, Kredit. Universität kann ich bestimmt nicht bauen, jetzt auf einmal mehr. Ja, genau. Geht jetzt auf einmal nicht mehr. So, baue ich mir jetzt hin, das Scheißding. So, jetzt habe ich hier noch ein Kohlebergwerk und jetzt baue ich mir ein Kohlekraftwerk hin. Alter, es reicht jetzt. Jetzt reicht es, ja. Was ist hier? Mangel an Arbeit danach. Leck mich doch hier. Ich baue jetzt aber auch gleich Windkraftwerks, ein riesengroßes. Also theoretisch. Brauchst du nix mehr machen. Nix mehr machen, du brauchst. Jetzt habe ich meine Kohlekraftwerk hier, ey. So. Jetzt habe ich hier jetzt Geld für meinen Legierungsofen. Ja. Ingenie, oh mein Gott. Ich bin vornehmen. Ich sag. Ich bin vornehmen. Sorgen Sie dafür, dass an einem Tag mehr Sims unterrichtet werden? Reicht ja nicht ein Sim mehr? Ja. Ne, ich glaube, dann steht das, dafür musst du dann hier upgraden. Und, äh. Äh, da steht irgendwie, wie viel du brauchst. Ja, steht. Leider nicht da. Mal, warum ist das Schwede so langsam hier? Jetzt habe ich Geld bekommen. Geschlossen. Wir stellen neue Leute ein. Sollen wir vielleicht mal alle Grundschulen, da was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, von den anderen Städten kaputt machen? Von mir aus? Hä, da fährt ein Stromauto? Was, Strom? Ah, doch, ja. Was ist denn das? Pfander und Wachen nix. Ja. So, warum? Ich stelle jetzt keine Leute an hier. Ganz ehrlich, ja, warum? Warum kriegen die Gebäude keinen Strom? Ich bin 20 im Überschutz. Und die Gebäude kriegen keinen Kackstrom. Oh, ich baue mir einen Fährhafen. Und nur, weil ich sonst nichts zu tun habe. Ja, ich wollte das auch tun, aber dann... Schon wieder mein Geld alle hier. Was ist denn nur los? Ich sende mir ja gleich Geld. Mache ja an Arbeit sein. Warum schicke ich eigentlich... Muss ich irgendwas bauen, damit die die Scheiße zur Archeologie rüber senden, oder was? Eigentlich nicht. Du musst sie nur anmachen. Das ist doch so ein... Ja, den habe ich ja schon angemacht. Hier in meinem Lager kommt aber auch nix an. Warum geht keiner in die Universität? Was soll das? Warte mal, ich warte jetzt mal so lange. Bis hier so ein Auto, das Ding da verlässt. Da ist ein Legierungsauto. Wo fährt es hin? Wo fährt es hin? Da fährt noch ein Legierungsauto. Kehrt zur Garage zurück. Wo willst du hin? Kehrt zur Garage zurück. Komm, holt es ab. Holt die Scheiße. Ja, ein Metallauto. Wo will es hin? Liefert Metall an Lager. Das soll aber nicht ins Lager. Muss ich vielleicht doch exportieren? Nein, Mann. Weil die liefern die Scheiße jetzt ins Handelslager. Oder kommt dann vielleicht ein Auto vom Handelslager und transportiert das da rüber? Das kann gut sein. Ich denke mal, da kommt ein Auto. Oh, oh, oh. Aber eigentlich... Wo fährt es hinten? Nee, warte. Da fährt ein Zweck. Ist das... Ja, ja, ja. Liefert Metall an den Standort des Großprojekts. Ja, ja, ja. Ist sie liefern? Gleich kommen die ersten fünf Tonnen an. Waaaaaah! Fünf Tonnen! Yay. Transporter. Komm, ich brauche hier mal ein paar mehr Transporter hin. Bamm. Mir kommt da irgendwie nix an. Bamm. Ja, das dauert eine Viertelstunde, bis die fünf Tonnen da sind. Ja, okay. Okay. Oh, da ist was abgebrannt. Nee, oder? 20 verlassene Gebäude? Wo denn? Ach, im Wohngebiet. Das ganze Wohngebiet ist weg. Schade. Weißt du was? Ich bin so großzügig und reiß gleich die ganze Häusereihe hier ab. Na, weg damit. Dann können wir alle neu bauen. Äh. So. Ist hier noch irgendwo was? Das da noch weg. Was ist denn das alles? Irgendein Müll, der da rumliegt? Ach, das ist bestimmt auch von Godzilla oder so. Das hier liegt überall so Scheißzeug rum, wo nichts ist. So ganz schmale Sachen, die alles blockieren. Habe ich hier noch irgendwo? Da ist noch sowas. Da ist noch sowas. Hier. Was müssen wir eigentlich noch für eine Abteilung bauen? Wir haben alle. Ja. Ja. Dann ist ja alles gut. So, hier. Ich lass das jetzt da einfach mal. Hier kommt das Reise auch noch ab. Upgrade! Ja, komm. Was ist denn das da? Wirtschafts-Ingenieurs-Uni. Komm, ich lass das jetzt stehen. Gut. So, Legierungen liegen hier jetzt auch rum. Die werden jetzt auch rüber transportiert. Also vom Prinzip kann ich da jetzt nur noch zusätzliche Öfen dran bauen, dass mehr von der Scheiße. Oh, Folge ist vorbei. Also würde ich sagen, erweitern wir dann die Schmelzhütte in der nächsten Folge, oder? Jo. Bis dahin würde ich sagen, hau da rein, ne? Tschüss! 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 Tschüss!